Wenn du als Akademiker, Fach- oder Führungskraft auf Jobsuche die drei folgenden Fehler beim Bewerbungsschreiben vermeidest, dann bist du deiner Konkurrenz schon mal meilenweit voraus. Herzlich willkommen zu diesem Video, mein Name ist Sebastian Klensmann, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Bewerbungscode und ehemaliger Personaler war in den letzten Jahren für die Bewerberauswahl in verschiedenen nationalen und internationalen Unternehmen verantwortlich und habe eben entschieden, wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird und wer nicht. Heute haben wir bei Bewerbungscode die Seite des Schreibtisches gewechselt helfen, seither Akademiker und Fach- und Führungskräften dabei, ihren Traumjob zu bekommen, ihre neue berufliche Herausforderung und in der Zusammenarbeit mit unseren Klienten in unseren Coaching- und Beratungsprogrammen und natürlich auch aus meiner eigenen Erfahrung als Personaler, mittlerweile wahrscheinlich schon über 10.000 gesichteten Bewerbungen als auch über 1.000 geführten Vorstellungsgesprächen sind mir eben drei zentrale Fehler auf Bewerberseite aufgefallen, die immer wieder gemacht werden und die einfach den Erfolg auf Bewerberseite schon maßgeblich zerstören. In diesem Video werden wir mal auf diese drei Fehler eingehen und hoffentlich wirst du diese dann in Zukunft nicht mehr machen. Und von daher lass uns direkt starten mit Fehler Nummer 1, deine Bewerbung langweilt den Leser bzw. Entscheider zu Tode. Jetzt stell dir mal vor, du bist Personalentscheider oder du bist Führungskraft und hast eben die Aufgabe, für dein Team, für dein Unternehmen den passenden Kandidaten einzustellen. Und ja, das ist deine Aufgabe, dass du eben diese Vorselektion machst, diese Vorauswahl und du bekommst täglich zwischen 20 und 50 neue Bewerbungen auf deinen Schreibtisch. Und diese Bewerbungsunterlagen, die sehen eigentlich immer gleich aus. Also jeder hat einen ähnlichen Aufbau der Bewerbungsunterlagen, jeder hat ähnliche Inhalte und das Einzige, was sich von der einen Unterlage oder dem einen Bewerber zu dem anderen unterscheidet, ist am Ende des Tages dann das Bewerbungsbild, das Bewerbungsporträt im besten Falle natürlich. Und da beginnt das Problem auch schon. Also wenn du diese schiere Anzahl an Bewerbungen hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du eben auch in der Masse an Bewerbern untergehst und dementsprechend nicht eingeladen wirst. Und wenn du es also eben nicht schaffst, innerhalb der ersten sieben kritischen Sekunden aus der Masse herauszustechen und eben die Aufmerksamkeit des Gegenübers, des Lesers zu bekommen, dann ist die Absage sehr, sehr wahrscheinlich und dann bist du auch eben auch schon auf dem Ablagestapel, wo eine Absage darauf folgen wird. Also wenn du wissen möchtest, wie du eben neben dem Bewerbungsbild natürlich noch zusätzliche Möglichkeiten hast, wie du deine Selbstvermarktung auf die Überholspur bringen kannst und wie du dann einfach in Zukunft aus der Masse herausstichst, aus der grauen Masse an Bewerbungen und eben diese lebensnotwendige Aufmerksamkeit des Lesers und des Personalers in diesen ersten sieben Sekunden gewinnen kannst, dann melde dich dort gerne bei uns. Wir können dir da auf jeden Fall helfen, dass du einfach mehr Einladung bekommst auf die verschickten Bewerbungen, die du raussendest. Das ist eben der erste kritische Fehler, dass du eben in der grauen Masse verschwindest und eben nicht die notwendige Aufmerksamkeit erzeugst und ja, wenn du das in den Griff bekommst, dann wird sich vieles tun. Und dann kommen wir auch gleich zu Fehler 2, zum kritischen Fehler 2 beim Bewerbungsschreiben und das ist eben die schiere Unkenntnis über die Auswahlkriterien des Personalers. Heißt konkret, wenn du, ja, deine Bewerbungsunterlagen, wenn deine Bewerbungsunterlagen auf dem Tisch des Personalers landen und du eben die, ja, kritische Sieben-Sekunden-Regel, ja, bestanden hast oder den Sieben-Sekunden-Test und man sich deine Bewerbungsunterlagen eben etwas näher anschaut, dann stellt sich natürlich gleich die nächste Frage, nämlich die Frage, nach welchen Kriterien beurteilt denn der Personaler, ob, ja, du für das jeweilige, für den jeweiligen Job interessant bist oder nicht. Und das sagt ja mir auch keiner. Das sind diverse Kriterien. Das ist am Ende des Tages eine ganzheitliche Checkliste, die der Personaler von oben nach unten durchgeht und das kann anfangen von, ja, der Schnittmenge von deinen Bewerbungsunterlagen zu dem gewünschten Profil, geht weiter über die, ja, Plausibilität deiner Aussagen in den Bewerbungsunterlagen, ob das alles rund ist und auch Sinn macht und stimmig sich anhört. Dann geht es weiter bei dem Thema Wechselgründe und Ausscheidegründe zwischen zwei Firmen, auch ganz, ganz wichtig. Und, ja, das ist nur eine kleine Handvoll von Kriterien aus dieser, ja, relativ kompakten Checkliste. Und wenn der Personaler deine Unterlagen sich anschaut und, ja, durch diese Checkliste geht und ein Haken auf der Checkliste nicht setzen kann, dann fliegst du eben auch durch die Vorauswahl und stehst dann in dem konkreten Falle wieder bei Null. Und daher ist es eben überlebensnotwendig, dass du im Vorfeld weißt, bevor du deine nächste Bewerbung schreibst, wie diese konkrete Checkliste aussieht. Die ist natürlich von einer Firma zu anderen immer etwas anders, aber die Grundprinzipien dahinter sind immer gleich. Und wenn du gerne wissen möchtest, wie das Ganze einfach in Zukunft, ja, diese Klippen umschiffen kannst mit deiner Bewerbung und das direkt ad hoc richtig machst, dann können wir dir da auf jeden Fall auch helfen. Dann melde dich gerne auch mal bei uns auf ein unverbindliches Strategiegespräch. Dort schauen wir uns nochmal ganz genau deine Bewerbungsunterlagen an, geben dir konkretes Feedback und im gleichen Zuge auch nochmal, ja, diesen Schlüssel zu diesem Zahlenschloss der Auswahlkriterien an die Hand. Wenn das für dich spannend klingt, wie gesagt, komm da gerne auf uns zu und, ja, vereinbare einen Termin bei meinen Strategieberatern oder mir persönlich. Und, ja, wenn du das eben weißt, dann wird sich sehr, sehr viel ändern. Das wirst du dann eben auch an der Quote der Einladung zu Vorstellungsgesprächen, ja, sofort merken. Dann kommen wir zum dritten Fehler, zum dritten kritischen Fehler, der eigentlich, ja, so gut wie jeden Erfolg, ja, verhindert. Und das ist der Fehler, die Ich-Perspektive im Anschreiben. Was meine ich damit konkret? Es geht ja ein, ja, sehr, sehr hartes Vorurteil herum, dass das Bewerbungsanschreiben immer auch ein Motivationsschreiben sein soll. Heißt, dass du als Bewerber in dem Anschreiben von deiner Motivation und von dir persönlich berichten sollst. Also, kurz, ich habe, ich kann, ich will, also sehr ich-zentriert von dir sprechen sollst und, ja, was dich dazu eben bewogen hat, dich auf die Position zu bewerben, was du daran interessant findest, was du an dem Unternehmen spannend findest, wie auch immer. Und, ja, da kann ich dir auch in diesem Zuge gleich den Wind aus den Segeln nehmen. Das ist absoluter Blödsinn. Das macht überhaupt keinen Sinn und ich sage dir auch gleich, warum. Denn am Ende des Tages, das ist die harte Wahrheit, interessiert sich niemand für dich, für deinen beruflichen Werdegang oder für deine Qualifikation, Berufserfahrung etc., sondern das Einzige, was den Personaler bzw. die Führungskraft in deinem potenziellen neuen Unternehmen interessiert, ist, welches konkrete Problem du mit deiner Arbeitskraft für den Vorgesetzten, für den Personalentscheider lösen kannst. Am Beispiel, wenn du zum Beispiel Vertriebsingenieur bist und, ja, meinetwegen zehn Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich hast, dann ist nicht die Argumentation im Anschreiben, dass du zehn Jahre Berufserfahrung hast und, ja, du dadurch hoffst, deine Chancen auf eine Einladung zu erhöhen, sondern der Nutzen daraus ist immer, ich habe zehn Jahre Berufserfahrung, dementsprechend bin ich schneller einsetzbar, kann schneller die PS auf die Straße bringen und schneller, ja, Umsatz für ihr Unternehmen machen, als jemand anders, der erst eingelernt werden müsste, der eventuell vielleicht sogar Vertriebserfahrung hat, aber nicht in dieser speziellen Branche. Und der Vorteil fürs Unternehmen in diesem konkreten Fall ist, dass die Einarbeitungszeit durch deine Berufserfahrung kürzer ist und du schneller ins Geld verdienen kommen kannst, ja. Das ist eine konkrete Nutzen-Argumentation und das ist eben auch das Einzige, was den Gegenüber und die Firma interessiert, nicht was du kannst, was du hast und was du willst, sondern, ja, welchen Nutzen man aus dir, aus Bewerber quasi zieht. Und das musst du eben komplett auf den Punkt genau ausformulieren können und, ja, erstmal wissen, was der konkrete Schmerz hinter der Position ist, denn, ja, die Position wurde ja auch aus einem Mangel heraus geschaffen. Und das heißt, wenn du diesen Mangel und dieses Problem hinter der Stelle verstehst, adressierst und, ja, auf den Punkt formulierst, dann triffst du den Personaler bzw. die Führungskraft eben argumentativ mitten ins Herz und dann, ja, wird die Einladung zum Vorstellungsgespräch nicht lange auf sich warten lassen. Und da ich natürlich weiß, dass nicht jeder der geborene Schreiberling ist und eben gekonnt auf den Punkt diese Themen formulieren kann, haben wir im Rahmen unseres Trainings und unserer Zusammenarbeit mit unseren Teilnehmern natürlich, ja, sag ich mal, Proven Winner, ja, also Vorlagen, Beispiele, Gradmesser und von der Richtung her, die für deine Branche, deinen Fachbereich oder deine Profession am besten funktionieren. Das können wir nachweislich aus über 800 Teilnehmern in den vergangenen Jahren, ja, so festhalten, dass wir, egal in welchem Bereich du unterwegs bist, ist, dass wir höchstwahrscheinlich schon jemanden hatten, den wir da erfolgreich zum Traumjob begleitet haben. Und, ja, wenn es für dich spannend klingt, wenn du da gerne unseren Input haben möchtest dazu und eben dich nicht eben selbst abmühen möchtest, wie du eben diese Nutzen-Argumentationen in dein Anschreiben reinpackst, dann sollten wir uns auf jeden Fall unterhalten. Und dann können wir in einem kostenfreien Strategiegespräch uns ganz genau anschauen, wie in deinem konkreten Falle die Nutzen-Argumentation sein kann und wie du das eben so ausformulierst, dass du den Gegenüber direkt, ja, auf die Zwölf triffst. Genau. Ja, das mal so als kleine Zusammenfassung zu den drei kritischen Fehlern, die auf Bewerberseite immer wieder gemacht werden, wenn es um das Thema Bewerbungsschreiben geht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wie gesagt, wenn du hier unseren Input noch gerne weiter möchtest und, ja, nochmal als Sparingspartner in deinem persönlichen Bewerbungsprozess haben möchtest, dann klicke gerne über oder unterhalb des Videos auf den Link. Tag dich ein für ein kostenfreies Strategiegespräch, wo mein Team und ich uns ganz genau anschauen, wo du in deinem aktuellen Bewerbungsprozess gerade stehst, wo du gerne hin möchtest, wo, ja, Probleme und Hindernisse sind, die dich aktuell noch zurückhalten und die eben, ja, verhindern, dass du eben den Erfolg hast, den du verdienst. Und auf Basis dieses Strategiegesprächs werden wir auch eine konkrete Strategie, einen individuellen Plan für dich entwickeln, der dir eben aufzeigt, wie du deinen Traumjob bekommst und das Ganze eben innerhalb der nächsten sechs bis acht Wochen und das Ganze eben möglichst ohne unzählige Bewerbung schreiben zu müssen und Absage nach Absage zu kassieren. Wenn das für dich spannend klingt, melde dich gerne bei uns. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, dein Sebastian. Du bist definitiv. Denkst du den Akten.